hallo und willkommen zu einer weiteren folge von rimwald ideologie ihr wurdet mal hersehen und mein zugrunde ist blazinger passen dann abonnen meinen kanal wir starten gleich durch wir nehmen hier die ja wir gehen erstmal hier oben hin zu dem abbauen wir nehmen katharina mit sie kriegt noch ein bisschen was zum essen mit schlafsack aber medizin braucht sie nicht 3,1 tage entsenden wir mal ja ich weiß ist mehr aber ist alles cool der ist hier unten noch am bauen das ist gut weil da kommen die ganzen leichen weg brauchen wir alle nicht muss man natürlich alles erlauben hier ähnliches auf der karte was wird sind die alle aber die sollen auf jeden fall fix weg kommen quest verfügbar was haben wir hier kam für komposer 25 autoritäts mützen normaler qualität und 30 35 25 für baumwolle habe ich nicht mal gerade habe ich mache hier schneide hier keine 35 keinen fall es war leicht easy aber nein plus 3 hat er eine täuschende besuch was hier los gab es gebätsch oder was aber ist hier nee der ball hat es da unten rein nach die tragen alles okay dann kommst du zu schrecken danach sauber machen kommt gleich super und natürlich hier oben noch was was stimmt nicht mit dir eh so viel versuchte die lüren eigentlich geht zu bekehren ja bist du irre oder was oder komplett irre dafür gebe ich dir auch medizin oder was einmal weg watschen für den mischt 0,1 tage kommt jetzt noch an gut kann wieder laufen bist du dann durch und wir haben hier den waffenhändler das natürlich noch viel interessanter weil er richtig richtig coole sachen dabei hat aber die sachen auch ein paar sachen aber anscheinend nicht so cool schweine teuer schweine teuer kann ich mir alle nicht leisten gerade vor allem weil der hat bloß für jedes der hat nur 1 e ein tier sich einfach nicht so sie kommt jetzt gleich an katharina ist gleich da dann müssen wir die mal auf wo sind sie denn ach da nein da ist auch noch ein geschütz aber okay wir können das hier abbauen dann dürfte eigentlich das inaktiv sein dann machen wir das so dann haben wir einer hätten wir unser erstes geschütz in dem fall sind hier piraten ich bin mal gespannt was die ach hier ach da was haben die denn das ist eine leichte guck mal ich musste echt erst kaputt machen dass ich das sehe haben die dann einen anderen ausgang nein kann ich nur kaputt schießen dann kann ich nur kaputt schießen dann stelle ich mal hier hin fast jetzt hauen die schon wieder ab so jetzt durften sie gleich rauskommen stopp switch nochmal um also nochmal ah jetzt kommt da jetzt kommt sie auf ihn dann gut zurückziehen gut die ist weg er noch ganz gut super schaut so aus 13 stunden der kann gar nichts kriegt gar nichts ab oh nein doch noch einen kassiert eieieiei und sieht noch gut aus hier unten der hier oh sieben stunden super richtig richtig super demontieren machst du mir das demontieren machen wir das noch schnell die construct wieder leckere mahlzeiten und ein normal da ein bisschen kassiert probieren wir das anders dann gucken wir ob wir da anders reinkommen dann schauen wir ob wir uns da durchschlagen gut da haben wir das auch alle da haben wir das schon wieder also dann gehen wir wieder zurück sagen wir demontieren hier Jawohl Jetzt passt's Jetzt passt es Jetzt können wir nämlich auch reinschauen Hier und da oben, was da drin ist Und wir haben das Geschütz natürlich Das gehört auch uns Ah, ist bloß der Schlafraum Schau mal hier oben Dann nehmen wir uns das Geschütz mit Richtig nice, ey Ah, okay, da ist der Stahl Gut, dann können wir uns jetzt reformieren Reformieren, zwei Leute Wie lange braucht man hier eigentlich hin? 0,5 Wenn ich das akzeptiere Und ich alles mitnehme Ich nehme die Solar mit Oh, die Batterie ist wieder so schwer, ey Das Geschütz Ey, das handiert sich nicht Laufen wir lieber zurück zur Basis Laufen wir zurück und nehmen lieber das mit Was wir tragen können Also das Solar geht mit Die ist zu schlecht Wir nehmen hier das eine Mini-Geschütz mit Ein paar Bäume, ja Kommen wir nehmen einen Baum mit Eh klar Ähm Wie lange brauchst du denn dann da? Ach, wozu schwer? Ja, okay Nehmen wir von dem Stahl mit, was geht 21 nur Ah, wir haben eh genug Hauptsache das Geschütz geht jetzt mit Gut, dann flitzt sie runter Die anderen sind hier am Wackeln Was liegt da? Oh, die gehen Was? Ja Ich bin dran Roland ist hier bei der Arbeit Und er hier Ja, soll sich mal selber verpflegen auch Ganz mit dem Labern Also versuch mal den zu bekehren Glaubenskrise Juma hat eine Glaubenskrise 3,7 Juma Was ist los mit dir? Komm Kannst du was? Neurotisch Raufbold Bergbau Ah, ne Das muss man aufheben Was macht er denn? Ah, der baut den Rest ab Boden weg Dann können wir Dann sehen wir Wie weit das geht Ah, okay Ja, 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 ja Zoological Trader Sehr gut Dann können wir da In die neue Zone Hinklatschen Dann gibt's noch einen neuen Boden Natürlich die schönen Gut, und wir machen hier rein Heilwurzel haben wir mehr wie genug Baumwolle Ist eigentlich Hm Wie weit Blumenähnliche Pflanze Färben von Kleidung Oh, oh je Was haben sie denn da gemacht? Ich glaube, ich nehme hier nochmal Ach, komm Ich habe keinen mit der Stufe Wo brauchen wir hier Reis an? Reis Ah, es geht hier drüben mal weiter Oh, schon wieder Oh nein Oh nein Fünf Wir werden sich noch vorbereiten Oh Wieder von zwei Seiten Ne, wo ist Katharina? Bald da Oh, okay Was ist mit dir eigentlich? Bist du jetzt endlich mal verarztet, oder was? Darf ich dich selber heilen 3,2 Ja Was macht sie? Essen Ja, du hast die zwei Sachen Long Range Haben wir sonst Großes Nichts mehr Ihr zwei Sind ganz, ganz da drüben Beim Henry Die haben alle Bogen, ey Das ist nervig Aus Katharina Oh man, da muss ich echt entgegenkommen So, sie starten ihren Angriff Hier kommt runter Wir gucken, dass wir da drüben erstmal sind Ah, jetzt switchen sie um, ey Die gehen da hin Ah, da kommt einer Ist ganz gut Den cashen wir uns Den cashen wir uns hier Darf ich hier die nehmen Du darfst hier hin Was, sie, jetzt fliehen sie schon Was ist denn bei denen verkehrt, ey Acht Stunden Eis an der Wille Oh Optimist Handwerk und Kunst Du bist ja immer noch beschäftigt Wenn wir den ein-cashen Wo sind die anderen? Oh, zu weit weg Zu weit weg Mal hier Hier rüber rennen Ach, die sind ja beschäftigt Wie lange hast du jetzt noch hier? Das sieht Ewigkeitenmäßig aus Ich will den da unten nämlich einsammeln Katharina müsste jetzt auch jeden Moment kommen Dauert noch ein bisschen Gut, oh was? Auch Neurotisch Träge Mit Tieren, mit Pflanzen Das ist mir egal Der ist aber gut beieinander Oh, kratzend Schmerz plus drei Rechtes Bein Oh, linker Arm auch noch Wie schaut's jetzt aus? Hasch es jetzt? Weiterziehen Cool Oh nein Richtig einkassiert Was? Nochmal Geschickt und zäh Oh, das ist ganz gut Ich brauche mehr Betten Schlafplätze Nochmal Jetzt müssen sie aber los Er ist hier Rolly Du schnappst dir hier Fangen Du schnappst dir Wenn er noch lebt Fangen Ah, nein Ähm Fangen Bist du jetzt fertig? Jo Komm hier sofort runter Fangen Los geht's Bier Silber Und Ambrosia Oh je Gut Katharina ist da Sofort den Raum sauber machen Du Der arbeitet hier Du kannst sofort abhauen Kannst du Pflegen Katharina Behandeln Sechs Stunden Fünf 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 Neun Zwölf Sire Hier weitermachen Dass der überlebt Uiuiui Da geht's ordentlich Nein Hier bleiben Behandeln Setzlos Aha Tributantreiber Brauche ich aber gar nicht Lärte Inventar Machen wir den Raum noch mehr sauber Ich brauche hier keine Wundinfektion Ähm Ja Macht es Roland Ja Ja Ah Ah Gut Dann kannst du konsumieren Was machst du Essen Auch wichtig Es ist wichtig Dass du Hin Noch Behandelst Ah Okay Jetzt sind es schon Notfall Die sind alle richtig Richtig nice Ey Das Richtig heftig Geschick und zäh Den will ich aber Bekehren Wie schaut es hier aus Handwerk und Kunst Also Na will ich eigentlich ein Optimist Und hier Rote Sträge Vielleicht kann man den ja verkaufen Gelber Geier Handwerk Handwerk Hm Kunst So schwierig eh Verpflegen Also Dann musst du es auch noch Bist du jetzt Was ist denn los Warum bist du nicht verarztet Mensch Schau das Ins Bett komm Roland Roland Gut Oh der hat auch Einen auf den Helm gerückt Ist natürlich auch super SS Tradership Schätzendlich verarztet Ja Gut Dann kannst du wieder aufstehen Kannst du hier verpflegen Ernährung sieht gut aus Ernährung sieht gut aus Ich bringe hier Essenslieferung für Sinnohr Ach wenn den da unten Jetzt nicht grad Jawoll Hammer dich endlich mal bald Und 2,9 eh Mach den Raum sauber Brauche keine Wundinfektion Mächtig hier Richtig mächtig Ja Musst du erstmal schauen Dass die Stimmung hier hochkommt Ähm Quest verfügbar Ähm Was haben wir denn hier Meint Das ist von Drei Piraten bewacht Von denen hier Quest Was nehmen wir denn an Glitzerwild Ist eigentlich richtig nice Und Späute Der Ruf Ich will hier Läuft in 17 Tagen ab Kann ich wieder An Arsch der Welt hinlaufen Gut die ziehen weiter Das ist der Tributantreiber SRS Tritt als Kolonist bei Ja das stimmt Das ist auch neu Dass sie das hier machen Ähm Ich könnte die echt verkaufen Tatsächlich Äh W-w-w-w-w Banastra und Gelber Geier Gelber Geier und Banastra Die will ich nicht Die Fender Da braucht man auch Ähm Ach Komponenten und Batterien Aber jetzt hauen wir die erst mal weg Dass die weg sind Händler exotischer. Okay. Wie lange bleibt denn der da, Mensch? Der soll gehen. Er ist 100% Chance, den einzusperren. Dann verkauft man auch sofort. Bekehren. Oh, aber Julia pennt. Julia pennt gerade. Henry, weg mit dem. Wo ist er? Henry, da ist er. Weg. Und der Händler exotischer. Chemische Verhungerung. Psytrainer. Herz, wieder auf Bereitungswagen. Beer. Gold, Skulpturen. Teleskop. Jawohl, endlich haben wir eins. Das können wir dann, das weiß ich, hierhin machen. Und das Geschütz, das wollen wir wirklich auch irgendwo aufbauen. Besten kommt das hier weg. Das hauen wir weg. Dann tun wir hier irgendwo das Geschütz hin. Machen wir hier rein. Und das da, weiß was ich, kommt da hin. Die reißt mal ab. Gut, dann kann, tue ich hier irgendwo das Geschütz dann hinbauen. Ja, Julia ist wach. Julian. Zu, die mal noch bekehren. Dass wir da vorankommen. Dass wir noch hier nach unten gehen. Und danach. Ein Gespräch mit Weber. Cool. Das gefällt mir so. Also eigentlich an der Stelle natürlich vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Servus.